Hey, Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu CurbHead. Ich will direkt hier oben hingehen, denn ich weiß genau, dass uns hier etwas Wunderbares erwartet, aber vielleicht auch nicht. Through all your battles and all my rhymes, you have failed and perished 99 times. Achso. Ich dachte, das wäre hier vielleicht irgendwas zum Spielen. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Wir gehen. Wo war das hin? Kann man hier was machen? Nein, fucking nein, okay. Ah, das. Pyramid. Peril. Die letzten zwei... Oh Gott, sieht es cool aus. Die letzten zwei Bosse waren schon wirklich sehr nice. Das sah ganz kurz aus wie der True-Raw. Was? Dude. Ey, okay. Nee, Moment, kann ich nach hinten schießen? Wie kann ich aber perrien? Ah ja, hier, Achtung. Perrien. Ich kann diese anfliegenden Kätzchen nicht zerfisten. Auch die Kleinen kann ich nicht zerfisten. Do you need to borrow my sacrifice? Nein, muss ich nicht. Ja, die letzten zwei waren schon wirklich... Warte kurz. Ich will ja kurz... Ich kann jetzt nämlich Bomben scheißen. Guck mal. Okay, wartet, wartet. Das zählt jetzt gerade nicht. Da, 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 da. Okay, es ist gar nicht so schwer. Es ist nicht schwer. Es ist nicht wirklich schwer. Da kann ich mich auch... Äh, hallo? You're really, didn't stick up. Okay, okay, ich muss erst reinkommen. Ich muss erst wieder reinkommen. Ich muss, äh, ich muss wieder reinkommen. Ja, komm doch her, Kätzchen. Gar kein Problem. Da, für den haarigen Udo. Nein. Ja, so. Also, wir haben noch drei Lev. Wo kann ich denn... Ich muss das Gesicht kaputt machen, ne? Sehr, sehr, sehr gut. Ah ja, ja genau. Da war erst mal eine super Attacke. Das ist ja wie bei Dingen. Das ist ja wie bei, äh, dieser, dieser Vogel. Ach, scheiße. Wisst ihr, was ich meine? Das ist doch, das ist doch... Flappy Bird. Nein, 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 nein. Ah. Es ist so einfach, dieser... Wow. Bin der Meister proper und... Ja? Ja, Master proper. Eat this, pig. Meister proper. Yes, you do. Der ist so einfach, der Kä... Ah, der ist so einfach, ne? Unglaublich, Frau Hansen. Ah, Entschuldigung. Ja, geh weg. Wein. Wein wie ein Kind. Ich glaube, den haben wir direkt beim First Strike geschafft. Die ersten zwei Tries zählen eigentlich nie. Nur der dritte. Oh Gott, was ist denn jetzt... Was ist denn mit ihmchen los hier? Hier. Boom. I hope you did. Er schießt. Der... Ach, du Kacke. Der Hut legst... Nein. Nur der vierte Versuch zählt als erster Versuch. Weiß jeder. Schieß mit deinem... Deinem Dreck. Ja, jetzt kommt noch der Troll angeflogen. Ich verstehe schon. Äh, guck... Nein! Wie kannst du mich treffen, du Drecksack? Stirb. Also... Ich weiß gerade echt nicht, ob der wirklich... Also, so schwer ist. Mir kommt der gar nicht schwer vor. Ich bin zwar gerade ziemlich behind it, ne? Aber so alles in allem. Ja, schieß deine Schneckenaugen. Geh weinend weg. Ha, 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 ha. Vor, du, vor. Ist bei euch... Doch, da waren sehr wohl Strings. Leute, ich habe heute wieder Stamina getan. Mach doch mal wieder die andere Attacke, Mann. Alter, wie ich gerade hier durchgef... Oh, was? Da fliegen einfach Dolche hinter ihm. Ich glaube, er ist wahnsinnig. Na also, die Katze. So, die Katze war ja schon mal 40 Trillionen-fach einfacher. Oh Gott, warum von hinten? Da, ja. So, du Gesicht. Das Spiel macht gar nicht aggressiv, weißt? Ich dachte immer, hey, das Spiel macht einen bestimmt total aggressiv. Aber nett. Ein HP wieder hier am Schluss. Ein HP, gut. Mit einem mache ich dir den locker weg. Hier. Oh nein, nicht die Sachen. Okay, bis jetzt nur ein Live verloren. Es läuft gerade bei uns. Die Gesichter, gar kein Problem. Nein, 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 nein. Gut, 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 gut. Ich brauche Taming. I need fucking good Taming. Noch eins, noch eins. Uhuhuhuhu. Immer noch Dralef. Ihmchen ist natürlich total easy. Den gibst du so in die Fresse. Zack, bumm. Klack, klack. Und dann weiter. Dann gehst du hier durch. Ist gar kein Problem. Ist mein Trick 17. Und dann gehst du unten drunter. Gehst du durch. Nicht oben. Unten drunter durch. Man. Wow, ich wäre fast in diesen Ghost rein. Hier. Wer ist das jetzt? Er hat da eine Idee, ne? Dachtest du, du kannst mich irgendwie mit diesem kleinen Mannequin zerfispen? Weißt du, wie gut ich bin in dem Spiel? Ich bin... Fuck! Ich bin zufällig Mr... Mr. Fishizzle? Ich bin fucking ready for ya, dude. I'm proud of for ya. Oh, 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 oh. Er muss jetzt sterben. Ich muss zum nächsten kommen. Ist es der letzte? Sag los, es ist... Was macht er denn jetzt? Mich treffen die Dinger? Nee. Dude. Also der scheint wirklich machbar zu sein. Der ist nicht so schwer wie die anderen. Also auch wenn ich es gerade nicht schaffe, versteht mich nicht falsch. Ich zerbomb dieses Sack. Was? Nee. Nee. So was zählt einfach gar nicht. Hast du das nicht gewusst, dass du mal das gar nicht machen darf? Guck dir diese Bastelzahnden. Es sind blaue Schwerter. Bis jetzt die Einfastern. Ja, sie sind super toll. Es sind Schwerter. Ja, diese Schwerter schmecken fa... Fa... Fantastisch. Blut und Goofy. Alle sind bei dir. Jetzt bin ich zweimal gefistet hier. Und ich dachte, ich kann voll durchstarten. Aber nein. Da kriegst du direkt eine Bombe daneben. Hab ich schon wieder gut erledigt. Ich muss öfter einfach ausweichen. Weil ich stehen hier machen. Du musst manchmal auch ausweichen in dem Spiel. Du kannst es immer bei Pokémon und Tackle machen. Manchmal brauchst du auch einen Routenschlag, um zu gewinnen. Ich kenne euch. Ihr seid so Leute, die... Ohohoho. Immer Ruckzucki, Tackle, Telekinese und so Zeug. Ihr macht immer nur Attacken, die Damage machen. Aber nicht die, die man wirklich mal zwischendurch überlegt, hinzufügt. Nein. Du weißt nicht, was gut für mich ist. Geh weg. Er kommt schon seinen Hut angeflogen und hittet mich fast. Okay. Jimmy the Ficket. Jimmy the Cricket. He was so amazed. Er schießt nochmal. Das zählt nicht, Mann. Er hat doch vorhin nur viel... Er hat einfach doppelt geschossen. Das darf man nicht. Falls du das noch nicht weißt. Also bis jetzt ist er hier, diese Instanz von ihm, doch am leichtesten, ne? Das ist schon ziemlich leicht, ne? Man muss halt auch gucken, wohin man fliegt, ne? Ist auch ganz normal im Fluglinien, normalen Luftfahrtverkehr so. Du musst schon geradeaus fliegen, ne? Rückwärts geht nicht nach hinten, das ist schwierig. Vorwärts ist das gewesen, ne? Nein, ich bin so durchgepeitscht, Mann. Warum mache ich das? Ich darf nicht sagen, dass irgendwas leicht ist. Dann kriege ich es nicht hin. Fuck, Mann. Der nächste ist sauschwer. Ja, schießt er nochmal. Ja, mach halt deinen Doppelschuss. Ich kenn deine dreckigen Attacken schon. Weißt du, er meint, er könnte uns hier irgendwie verkack eiern mit seinem Doppel und Triple. Und dann macht er so, ich schieß doch nicht. Punk! Und dann schießt er doch. Wie viele Kugeln hab ich im Magazin? Zwei oder vierhundert. Überleg mal, ist heute dein glücklicher Tag? Oder hast du keine Badehose an? Und dann ist alles nass. Komm, komm, ey. Wie viel Life hat er denn heute? Na also, ey, da bin ich vorhin immer gestorben bei dem, oder? Nee, das hab ich ja auch schon gehabt. Okay, ich muss jetzt genau gucken, was diese behinderten Augen machen. Ich weiß es nicht. Okay, das macht irgendwas. Das macht irgendwas. Wie? I need a new volunteer. This one collapsed in V. Okay, ich hab noch... Warte kurz. Zwei Life. So, wie geht das hier jetzt? Dieser blöde Kack. Er macht irgendwas? Okay, die... Ah, hä? Okay. Seine komische Augengeschichte hat nichts mit den Pyramiden... Ja, oh Gott! Oh Gott, war das knapp, habt ihr das gesehen? Ey. Ey. First try! Komm, gib mir das ab, Lust. Ich bin damit dann zufrieden. Ja, Leute, easy, man. Es hat 20 Minuten gedauert. Wir sind jetzt gerade bei 23 Minuten und 16 Sekunden. Yay! Haha! You got the Demge the Great Sound Contract. Get it a job! Gut. Dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Wir hätten aber noch ein Run and Gun. Da bin ich natürlich auch gerne mit am Ball. Funfair Fever. And begin! And begin! Come on! Was ist das? Öh. Cool, oder was? Ist das nicht höchst emiziös? Das ist gar nicht cool, Mann! Fuck, ist das schwer! Okay. Und ich... 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 Achso, aber ich muss gar nicht auf dem Ding bleiben. Ja, wäre schön, wenn es einmal gesagt werden wird, was hier passiert, ne? Verschissen noch mal. Ah! Das ist fucking Ball, dude. Das ist Ball. Ich treffe ihn nicht, den, ähm... Riesen-kleiden Max-Danner. Oh, haha, Papa, da gehe ich. Achso. Peery. Kann ich jetzt ganz oft peeryen? Huh! Naja, wahrscheinlich nicht. Es zählt höchstwahrscheinlich nur halt. Mach die Scheiße. Okay. Okay. Mein Nassjuck, mein Nassjuck. Oh, okay. Warte kurz, mein Nassjuck. Okay. Gut, 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 gut. Was... Aber was mache ich denn jetzt? Achso, ich muss die killen. Ich bin sorry. Wie gefällt euch das? Ha? Nicht gut, gell? Ja, mir auch nicht. Ich finde es auch immer kacke, wenn Leute auf mich schießen. Nein. Nein, du... Ah, ich habe den Dash. You did not clock finish today, but clown try out your next week. Hahaha. Vielleicht hat deine Mutter ja einen Clown try out next week. Weißt mich das Viech? Ach, komm! Schmeißt der mich immer hoch? Ja, wenn ich an ihn... Wenn ich ihn berühre. Ich sage es dir im Go-Tender, Herr. Menschen's cannot. Kinder können schon einiges, aber nicht... Fuck! Gewinnen. Ich wurde zweimal von einem Ballon gebummst. Nein! Ich brauchte Smokebomb. Now go! Huhu! Ich gehe einfach weg von dir, weil ich zu hübsch bin für dich. Bitch! Ich kann... Ich kann hier nicht... Ach, sche... Okay. Ich dachte, ich kann mir hier einfach durch die Wand porten. Aber es ist trotzdem völlig... Völlig ausreichend, mich durch die Ballons zu porten. Läuft. Alles klar. Easy piece, lemon squeezy. Dann habe ich nur zwei live... Ne, ich habe ja schon eins verloren. Warte mal. Lachendes Stück Apfelkot. Wo ist mein... Trampolin? Tramplein! Franklin! Das ist ein Gauner. Rett einfach weg! Ne, da kann mich sowas von... Da kann mir so die Puke schmatzen. Da komische... Furz. Peri! I got the Peri-Points. Hormala. Okay. Kann ich mich jetzt auch durch die Gegner hier durch porten? Würde das... Ah! Scheiße! Oh, fuck! Fuck, okay. Okay. So. Ich will gar nicht probieren, mich durch die Gegner durch zu porten. Zack! 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 Hier geht es weiter mit den Schniedelbürsten. No, do, no. You can't hit me. No, do... Diese Böhle machen mich verrückt, Alter. Ich sag das. Ja, weg mit euch. Kann ich jetzt unten laufen? Ne. Ein HP. Habe ich ja wieder super hinbekommen, ne? Oh Gott, komm, jetzt sind die ganze Zeit Bälle? Ne. Ha! Ha! Ha, 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 ha. Ja, ich treffe ihn von hier! Ha, 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 ha. Ich dachte, ich habe hier so einen Glitch. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Er ist explodiert. Oh my God. Ah! Alter, meine Reflexe sind total und point, ne? Meine Reflexe sind manchmal total und point. Ich muss ja bei diesen saublöden Billen aufpassen, ey. Die sucken so hart neu. Nein. Mach ich dir im Schlaf, die Scheiße. Nein. Oh Gott, ich wurde nicht gedrückt. Was machst du jetzt mit mir? Hast du Angst oder was? Na ja. Hätt ich nämlich, wenn ich du wär. Du, ich hätt Angst vor mir. Ohne Ende. Without an end. Nein, ich geh in den Zauberer rein. Egal, ich hab jetzt hier. So, was kannst du? Nö, fucking nö. Wieso? Okay, kein Problem. Hast du gedacht, du kannst mich irgendwie zer... Warte mal, vielleicht passiert noch was. Ne, doch nicht. Okay, okay, okay. Kann ich da hoch? Ist das schön hier oben? Ähm, ne Brezel? Hey Brezel, what did I do? Ah, er spuckt mit... Wer ist das? Ne. Ich, ich muss die... Na, also. So, wer macht hier... Wer kackt mich hier an? Wer ist das? Welcher Humonculus kackt mich? Nein. Na, ha, ha, ha. Oh! Das war gemein, das zählt nicht. Now go, hey. Come on. Come on, Sprungbrett. Here we go. Ich will jetzt hier alle Punkte, Alter. Geht zur Seite. Ich, feste Gehen. Das erinnert mich so an Super Mario. Oder hopp. Dan, 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 dan. Das ist Super Mario. Das ist von Mario geklaut. Das liegt... Nein! Ich hasse mich. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt durchgekommen bin, dass ich nur ein Live verloren hab. I'm fucking hate man. Der am, am hate man. Am hate man. Ich bin so heidlich. Hab ich mit diesem blöden Ding zwei Live verloren vorhin? Ja. Ich will jetzt ein A-B hinbekommen. Hat auch die Zeit was mit der Benotung zu tun. Höchstwahrscheinlich, ne? Ich schieße wieder auf ihn. Zum Glück bin ich ausgewichen wie ein verschissener Profi aus Matrix. Kennt ihr eigentlich auch Matrix? Also einige von euch sind ja doch eher so die, äh, neuere Generation. Ist euch Matrix noch ein Begriff? Sicherlich, oder? Sicherlich! Oder sind einige jetzt so... Der Opa Matrix. Das hat mir damals mal mein seit 30 Jahren verstorbener Groß-Ur-Ur-Ur-Opa gezeigt. Das ist sowas mit so Sachen. Mit so, äh, Maschinen. Aber auch Menschen. Manchmal sind auch Frauen dabei. Das ist Mario. Das ist von Mario geklaut. Ihr dürft das nicht von Mario klauen, ihr Entwickler, ihr Bösen. Alles klar. Come on. Give me. Give me. Come on. Fuck. Show me. Show me, babe. Nein, ich bin in den Räumen. Ich hab nur ein Live verloren. Läuft. 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 Gut. Hab nicht mehr gezählt. Alles klar. Zwei Live. Ist noch deutlich besser als gar kein Live mehr, ne? Das ist logisch. Hier. Ah. Oh mein Gott. Also diese Farbköttel. Die... Die machen einem schon das Leben schwer für... Krass. Vorhin bin ich diesen Scheißdingern ultra knapp ausgewichen und jetzt, jetzt krieg ich's nicht hin. Jetzt flieg ich einfach dagegen. Das ist gleicher Hormonkelos. Aber kommt mal wieder runter mit eurem Ruhepuls auf 380. Ja, ich mach den Ballon halt kaputt, ja. Und er fliegt durch die Wand. Alles klar. Ich versteh schon. Keine Ahnung, was welchen Spielfilm das jetzt ist. Bei Matrix gibt's auch so zwei Dödel, die durch die Wand gehen können. Durch Wände, durch alles. Durch Autos, durch Leute. Durch so andere Sachen. Das ist von Mario. Hört mal. Das ist von Mario. Wer hört's noch raus? Kommt schon. Ihr hört das alle raus. Jetzt fragt nicht, was super Mario ist. Ich warte euch ab. Oh Gott, ich bin so behindert. Ich guck nur nach den Bällen, nicht nach diesen Toiletten sitzen hier. Einfach mal live abgedrückt, weil ich's halt hab. Wenn man so ein großer Spieler ist wie ich, ist so ein live hin oder her gar nicht zu tragen. Ich mein, ich wollte schon wieder hin. Weil, ob du jetzt gut bist oder nicht, das sagt ja gleich das Licht. So kommen ein und die andere Sachen zusammen. Okay, jetzt muss ich ja nichts falsch machen. Zack. Ich will wieder an den Super Mario Teil kommen hier. Einfach so, um Spaß. So, als würde ich nicht mit einem Prozentsatz machen. Okay, ah, ich werde wirklich nicht. Das dauerte Jahrzehnte. Alles klar, ihr werdet wer. Dann das in der Mitte, dann wieder das oben. Ich hab das Spiel schon komplett erfunden. Ich hab noch drei live hier. Hi live, Kinder! Ah, es ist echt sauschwer mit diesen Kackdingern. Und wisst ihr, was typisch ist? Beim ersten Versuch geht's immer saugut. Und wenn man's dann wieder macht oder wieder versucht, ist man einfach der schlechteste Bock der Welt. Guckt euch das an, das fängt aber auch wirklich genau richtig. So. Nein, 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 warum mach ich das? Okay, wisst ihr was? Vielleicht kann ich einfach... So, und jetzt passt auf. Jetzt passt auf. Fast, äh, wie ich es geplant hatte. Okay, wartet. Oh, nein! Oh, scheiße! Oh, 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 oh! Was ist mit dir los? Das ist der Endboss. Okay. Jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Da. Fuckin' da. Bravo! Bravo! Bravissimo! Pata doquillo, mia madre! Alfredo Bambina! Ach, 1,48. Ich hab dafür jetzt, glaub ich, 20 Minuten gebraucht oder so. Ne, ja, ne. 10 Minus, ach du Scheiße. Sehr, sehr schön. Guckt euch mal diese wunderbare Brücke an. Ach Gott, die ist so gut. Oh, und shop! Let's go, Nido! In der nächsten Folge macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Da sind irgendwelche Sachen und da sind auch Sachen, die ihr anklicken könnt, um auf die letzte Folge zu gehen, auf die Playlist oder auf mein Gesicht. Vielen Dank. Vielen Dank.